Schönen guten Morgen Leute, heute bin ich mal wieder etwas außerhalb von Hua Hin unterwegs und zwar am Militärstrand, Military Beach, ich nenne den jeden Fall so. Es ist circa 15 Kilometer von Hua Hin entfernt und ich glaube vor zwei Jahren oder so war ich zum letzten Mal hier. Ja, so ein Riesenfisch. Übrigens Eintritt kostet das Ganze nicht. Ich bezahlte 10 Watt fürs Perken. Wie meist auf Militärgelände alles wunderbar instand gehalten. Dort gibt es kleine Stände, an denen man Essen kaufen kann oder Getränke. Und linkerhand gibt es auch noch ein größeres Restaurant, ist allerdings noch geschlossen. Ich bin ja mal wieder zu unköstlichen Zeiten unterwegs am frühen Morgen. In früheren Zeiten war hier auch relativ wenig los. Allerdings sind jetzt schon relativ viele Ausländer unterwegs, die hier mit dem Auto ankamen und auch Tais. Und ich kann auch noch mal Wochen anfangen. Unzählige Bungalows. Die sind relativ groß. Ich meine mich zu erinnern, die kosteten 100. 100. Das wäre ein bisschen preiswert. Ich meine mich zu erinnern, die kosteten um die 1000 Watt. Ich könnte natürlich auch taurer geworden sein jetzt wieder. Wie ist die Liegestülle? Hier scheint es auch noch Erdgebirge zu haben, weil ich vermisse, ist das Café, was früher hier war. Und es sind sogar Bungalows belegt. Einige soll ich auch, muss ich sagen. Nee, das gab es mit Sicherheit nicht, diese ganzen Liegestühle und Sonnenschirme. Also als Geheimtipp kann man das Ganze nicht mal bezeichnen. Ihr seht selber, es ist gerade mal 9 Uhr und schon sehr viele Leute unterwegs. Und auch die Bungalows sind belegt. Allerdings sehe ich da zur Zeit nur Teilländer. Gute Idee, so ein Schelter direkt am Wasser. Gegen die Sonne geschützt und kann direkt ins Wasser hüpfen. Find ich mal wieder gut. Ja Leute, hier bin ich eigentlich recht selten. Fast alle Ausländer, die lange Zeit in Thailand leben, haben so ihre eingefahrenen, festgefahrenen Wege. Das heißt, man geht meistens in die gleichen Restaurants am Morgen, besucht dieselben Cafés, abends zu entdecken und mal wieder was Neues. Und setzt das mit auf seine persönliche Bestenliste. Aber im Großen und Ganzen geht man doch zu den gleichen Lokalen. Auch die ganzen Leute, die ich so kenne, machen das. Und ich eh, ich bin ein Gewohnheitstier. Das Boot ist doch da. Der Wormscham liegt auch noch an derselben Stelle. Und da hinten, das Boot, wird wohl immer an den gleichen Platz rausgezogen am Abend. Da fliehen wir mal im Schatten rum. Schon wieder 33, 34 Grad. Gefühlt jeden Tag 41, 42 Grad. Und da kommt nicht gerade Freude auf, wenn man so spazieren geht. Am Morgen geht es, wenn ich mein Gehtraining absolviere. Sind so um die 26 Grad. Und ja, wie gesagt, jeder hat so seine eingefahrenen Wege. Momentan, da war ich auch sehr lange Zeit nicht mehr. Zieh es mich immer fast jeden Tag zu der kleinen Kaffeebude. In der Nähe vom Hua Hin Beach. Trinke ich mal einen Kaffee und diesen Schar Kiao mit Lemon. Also grünen Tee mit Lemon. Und da sitzt er so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rum. Ich glaube, das war damals auch schon. Da kann durchkommen. Also zurück zum Strand. Meine Wutte hier. Naja, ein bisschen Abfall, aber hält schön Grenzen. Damals war im Einfahrtsbereich ein kleines Kaffee. Soweit ich gesehen habe, ist das geschlossen. Und ich glaube, hier war auch nochmal eins. Also an Toiletten erinnere ich mich. Aber da jetzt ein Kaffee war oder nicht, kann ich auch nicht mehr sagen. Klasse, kaum Wellen. Ja, kann man sich massieren lassen. Und die Toiletten habe ich auch gefunden. Und da ist nochmal ein Ressort. Aber mit Kaffee sieht es schlecht aus, denke ich mal. Da hinten steht ein Stühl rum. Ich spaziere es mal da runter. Naseepferdchen, alles okay. Seapin Recreation Center. Da ist der Frühstücksraum. Da hinten sehe ich einen Pool. Klar, bei meinem Glück, Kaffee noch geschlossen. Und da hinten der Strand, in weiterer Ferne vor dem Berg, der scheint kommerziell noch mehr genutzt zu werden. Kurz vor Schnaufen, auch wenn es mitten in der Sonne ist, ein bisschen Farbe mitnehmen, bevor es in Mitte April wieder zurück nach Deutschland geht. Ja, Leute, ist nochmal so. Ich bin auf dem Weg nach Deutschland, mehr oder weniger schon. Eigentlich wollte ich ja noch eine Motorradtour Richtung Norden machen. Zu einer Chiang Mai, Chiang Mai nochmal hoch. Aber das ging dann eigentlich nicht. So wie ich mir das vorstellte. Der Lars kam zu Besuch zwei Wochen. Rita und ihr Sohn Jan waren vier Wochen in Hua Hin. Günther war in Hua Hin. Wir unternahmen so einige und einige Leute, die kurz mal mit mir sprechen wollten, meldeten sich auch. Und ich versuchte da, allen gerecht zu werden. Gelingt nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Auf jeden Fall geht es erstmal zurück nach Deutschland. Wie lange ich diesmal in Deutschland bleibe, weiß ich noch nicht genau. Kommt alles drauf an. Und kommt natürlich auf meine finanziellen Verhältnisse an. Also mein Geld wird nicht unbedingt mehr. Da muss man sehen, wie lange ich da noch gestemmt bekomme. Diese hin und her Pendelei. Deutschland, Thailand. Jedenfalls um meine Gesundheit kann ich mich meckern. Geht mir relativ gut. Ich kann wieder Motorrad fahren. Hier im Sand spazieren ist jetzt allerdings nicht so toll. Gerade bei den Temperaturen. Aber ansonsten klappt das wieder wunderbar. Bin sehr zufrieden. Ja, also gibt keine Beschwerden meinerseits heute mal. Und ja, ich denke mal beim nächsten Mal geht immer nochmal besser. Und dann habe ich auch wieder mehr Zeit und kann dann auch mal eine vernünftig und kann dann auch mal eine längere Motorradtour wieder machen. Momentan ist das alles zu dicht gedrängt. Haben auch noch Sachen zu erledigen. Musste man ein Reentry Visum machen und auch andere Sachen erledigen. Also momentan sieht es dann nicht so toll aus. Ja, so weit, so gut. Ich spaziere langsam auf dem festeren Sand wieder Richtung Ausgangspunkt, Richtung Motorrad. Mal sehen, was ich dann heute noch anstelle. Aber erst hätte ich gerne einen Kaffee hier irgendwo und dann ein ganz ordentliches Stück gelaufen. Fällt einem gar nicht so auf und ich vergesse immer wieder, dass ich da auch wieder zurücklaufen muss. Aber ist schon schön hier. Schöne Ecke, angenehmer Wind momentan. Und unter den Bäumen kann man wirklich relax spazieren gehen. Oh, guck mal da, die schönen großen Kaktele sehen ähnlich aus wie bei mir. Das Wasser macht übrigens einen sauberen Andruck. Man sieht auch sehr viele Leute, die hier rumschwimmen. Und der Strand, naja, er gehört nicht zu den schönsten. Aber, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Die Karawane zieht weiter und das unvermeidliche Handy immer im Einsatz. Jede Menge Krepze am Strand, die da versteckend spielen. Nach dem Ausschecken wird sofort klar Schiff gemacht. Da wohnen noch Leute drin. Da war das kleine Café drin. Zurzeit geschlossen. Konnte man auch nicht sagen, ob das wieder aufmacht, der gute Mann. Ich spazier noch mal zu den kleinen Guten da. Da werde ich mit Sicherheit einen Kaffee bekommen. Halt das übisch an so strengen Kleidung. Dann spazier ich noch mal hier rein. Hier soll ich ja irgendwo Kaffee geben. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Okay, höchstens da wahrscheinlich ein Nescafé. Da ist es auch nichts. Ja, Gebäck. Und hier so Knusper rein. Wie es gebraten ist. Und doch bekommt man auch richtiges Thai-Essen. Ich habe aber heute Morgen schon gefrühstückt. Und von daher hat sich das dann erübrigt. Na, wer werkt es denn? Im Gutes macht er mir einen Nescafé mit süßer Kondensmilch. Und da hat er gerettet. Kostet 20 Quad. Na Leute, ich mache mal Schluss für heute. Ich fahre noch ein bisschen mit dem Moped durch die Gegend rum. Und habe die Halterung für das Moped an der Kamera vergessen. Tja, kann passieren. Dumm gelaufen. Demnächst noch mal gucken, dass ich noch vom Motorrad aus. Irgendwie was aufnehme. Falls euch meine Videos gefallen. Abonniert bitte meinen Kanal. Wertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren stark. Und lasst es euch gut gehen.